hallo und herzlich willkommen im gut und von hier shop im genussvolle netten heute für sie das mädels frühstück gut und von hier entsprechend für geschenk für mädels oder aber die immer noch mädels sein möchten die komponenten dazu ein riesling sekt aus der pfalz trocken entweder pur oder mit dem weinwerkspfirsich likör von der mosel zu genießen lecker der hammer ein guter einstieg ins frühstück als komponente für brot oder brötchen sehrländer erdbeerkörbchen aus der gewürzwerkstatt in siegen auch frisch und lecker dann als zweite komponente zum hörnchen oder andere gebäck was man entsprechend zum frühstück nimmt mirabelle fruchtausstrich aus dem oberbergischen ebenfalls frisch und lecker insgesamt ein schönes mitbringsel ein schönes geschenk über die sich sicherlich viele freuen werden und drum bleibt genussvoll